Sie, Sie kleiner Prinz, Sie! Was denken Sie eigentlich? Ihre Trägen werde ich Landesverwieseln? Meine Karriere ist vernichtet? Ich muss im Ausland leben? Da kommen Sie, schleichen Sie sich in mein Leben und lassen mich auf der Treppe stehen? Sie, Sie kleiner Prinz, Sie! Sie, ich will Sie! Darf ich jetzt meinen Adjutanten bitten, Sie nach Hause zu bringen, Madame? Sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so ein Edi? Sie behandeln mich wie... Wie die fremdeste Frau der Welt! Sie wünschten es doch so! Aber jetzt nicht mehr!